So, nehmen wir mal ein paar Impressionen auf Rapsstand 2018. Ich glaube momentan kann man ganz gut erahnen, dass hier das ein oder andere Gläschen Honig reinkommen sollte. Wenn man hier mal vorsichtig um die Ecke loopt, vielleicht das Lachengras noch mal platt drehen. Wir gehen mal gegen den hellen Himmel, dann kann man so ein bisschen was sehen, ob denn hier so Sache ist. Da wir ja hier so zwei, drei Völker stehen haben, könnte ich mir vorstellen, dass selbst dem Bauer das irgendwann in der Ernte auffallen muss, wenn denn da noch so ein bisschen was an Zusatz reinkommt. Auch hier wieder immer wieder gegen den hellen Himmel, da sieht man erstmal so langsam die Dimensionen, die man hier so hat fliegen lassen. Fürs Auge sieht er schon fast so aus, als wenn die Luft flimmert, aber wie flimmert nicht? Dann sind es so drei bis 18 Bienchen. Ist doch schön, wenn es mal einmal funktioniert. So, jetzt noch einmal in die andere Richtung. Perfekt. Ups, da muss ich auch noch stechen hier, das böde Vieh, hau ab.